Hi Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir machen hier weiter in den Katakomben am Skorpionfluss. Ich habe ein bisschen versucht die abzufarmen, aber die droppen ihren komischen Helm oder Kopf nicht. Also für mich... Er wird halt erst gerne wieder da lang. Ach... Den ignorieren wir. Darf ich... So... Hier... Okay... Bis hier waren wir gerade. Mit ihren Zwang geschottet. Darf er nicht mehr? Aus? Nein... Nein... Aha... Aha... Was ist das? Doppelzirmit... Ah... Da oben sitzt auf der Wand auch noch ein Fee. Da... Meine Schwertspitze hindeutete. Nicht cool. Hier sind irgendwelche Ritter... Fick dich! Fick dich! Ich hasse es! Ich hasse es! Weißt du? Wir dürfen durch die Wand schlagen. Gegner, wir dürfen durch die Wand schlagen. Und du? Tot! Weil da ein Schwert an der Wand abgeprallt ist. Dicken Metallhelm auf. Der hat nicht gehört, dass seine Kumpels gestorben sind. Und man kann ihn... Zu seinem Haustier machen. Okay... Na we... Hey! Haben wir?! Genau, ich habe keinen Fall gehalten. Auf weich. Auf weich? Auf weich. Auf weich? Auf weich? Auf weich? Auf weich? da ist das ding es ist recht ich hatte gar keine anzeige also ich habe nicht gesehen dass sie da irgendeine anzeige gefüllt hat gerade natürlich ja komm ja 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 Ich kann es nicht kaputt machen. Was wir gucken können ist... Abmux Kette geht... Doof? Beziehungsweise DAS. Nee. Das hat aber auf jeden Fall irgendwie meine Rune aktiviert. Dafür habe ich... Huh. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das muss das sein, was wir von oben gesehen haben. Ja. 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 Moosketten stillen das bestimmt nicht aus. Nee. Schade. Ja. Eine Leiter ist da, eine Leiter ist da. Da hinten brauchen wir nicht mehr hin. Guck, jetzt ist das Ding nicht aktiv. Wenn ich näher rangehe. Ja. 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 Das ist ganz schön frech. Ja. 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 Deckenspringer irgendwo noch. Wer ist er? Ist das der große Bruder? Er ist despawned so. Ja, es ist okay. No, 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 no. Ah, es wird nicht reichen. Oder? Ein Stück weit herunter. Ich weiß schon, warum ich den Meech zuerst anvisiert habe. Ooh. Okay. Hä? Ich hab vergessen, dass er da mit der Waffe ja schießen kann. Ist mir die Waffe nochmal? Nein. Deswegen sollte man da runterspringen. Hier ist noch eine Leiter. Wenn nicht. Egal. Oh. 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 Moment. Oh Gott. Hm. Hm. Das sieht nach Bosskampf aus. Nun. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Und du bist klein und nervig. Du bist nochmal so ein... Du bist nochmal so ein... Ritter. Selbst wenn ich den Grab überlebe, ist er hinterher voll. Ja, genau. Spiel mit dem dicken Ritter. Penner. Erkligen. Unfall 100% Da. Erkligen. Erkligen. Ja. Erkligen. Erkligen. Nein, Britta, komm, hilf mir. Er ist wieder voll. Er ist wieder voll. Das ist so gut, da. Ich darf mich jetzt nicht mehr grabben. Und nicht mehr durch mich durchchargen. Das wäre auch nice. Langstiel-Axt. Und... Jo. Nice. Ja, einmal gecrabbt ist er wieder vollgeheilt. Ähm... Ist hier noch mehr. Ich meine, wir sind zweimal mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Das war halt hinten die Treppe. Was können wir denn anderen Mal gucken? Ähm... Hier wartet hier noch ein Boss auf uns. Guck, es ist... Niemand von den anderen NPCs hier... Hast du gedacht, wa? Was ist das? Was ist das mit dir? Ah, toll, das war zu viel. Hey, ich hab gerollt spiel. Ähm... Ne... Gönn... Nicht. Okay. Mal gucken. Es müssten ja schon einige Leute durch sein. Die brauchen nicht das ganze Wochenende, so wie ich. Nehmen wir einen Tanki-Dude mit. Äh... Oh, hat der ein Schild für... Konnt der Zeug? Es kann sein, dass er ein Schild für, für, für Abwehrkonter hat. Ja, er hat einen Abwehrkonter... Bild. Ich krieg's auch nicht abgebrochen. Na. Wenn ich weg dürfte. Danke. Das war quasi. Und jetzt macht er uns zwar so beide weg. I will not suffer. Our Lord, devoid of light. No mother forgives me. Oh, 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 oh. Sohn tarnished. Wilt thou be taken in the jaws of the abyssal serpent shorn of light? O lightless creature, embrace dein Oblivion, so shall I.